Eine schockierende Szene von den Maikrawallen in Berlin. Auf einem Platz in Kreuzberg gerät ein Demonstrant ins Straucheln. Ein Polizist springt über ihn hinüber. Der folgende tritt mit voller Wucht gegen den Kopf des jungen Mannes. Das Amateurvideo kursiert jetzt bei YouTube. Die Gewalt am 1. Mai. Sie trifft immer wieder auch die Polizisten. Nach stundenlangen Ausschreitungen der Schock für die Beamten. Ein Kollege ist schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen durch massive, stumpfe Gewaltanwendung auf seinen Rücken. Die Brutalität am 1. Mai. In beiden schweren Fällen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft.